Moin und willkommen zur weiteren Folge Call of Duty. In der letzten Runde haben wir auch gespielt. Ich habe da jetzt eine Tatchline dran gemacht. Das eine Tatchline, was ich jetzt haarfrei gespielt habe. Und ich bin auch noch nicht so sicher damit. Da das so die ZV-Geschwindigkeit keringert, ist es halt immer noch ein bisschen so, äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber dadurch, dass die Rückstoßkontrolle auch so ein bisschen verbessert wird, kann man zumindest mal ausprobieren. Das ist für eine der Waffen, wo ich glaube, ich sogar echt ein Visier spielen würde. Oh, das wollte ich nicht. Falsche Lassen. Ähm, bei den meisten Waffen mache ich es nicht, weil es halt die ZV-Geschwindigkeit auch verringert und es unnötig ist, weil ich gut aimen kann, auch so. Aber, ah, ich finde, das ist sehr, sehr, sehr okay, das Ironside von der Auge. Bei mir fällt es ein bisschen schwerer damit zu aimen. Gerade wenn du irgendwie so ein bisschen gedrückt hältst, ist der Rückstoß relativ prägnant. Nicht extrem, aber definitiv prägnant. Das ist nicht ganz so einfach, das zu zielen. Ich bin ja auch abgewöhnt, um so viel zu ducken, ey. Das ist halt so, das ist der Fall, das ist der Fall. Und der kam von oben? Der spielt ein MG. Ist MG okay? Kann man das machen? Wow, okay, wie der spielt, ist wow. Einfach nur wow. Ich sehe irgendwie nie Leute MG spielen in Wall of Duty. Ja, wahrscheinlich hat es auch den Hintergrund, weil MG ist einfach so ein bisschen lahm und du halt schnell einfach Stelle-Kills machen musst. Weil in dem Spiel nicht schnell bist. Ich meine, du kannst auch langsam spielen. So ist es nicht, aber ich glaube, du wirst deutlich weniger Erfolg haben, wenn du sehr langsam spielst. Und auch sehr langsam, sagen wir mal, mit deinen Bewegungen bist und so. Aber vielleicht isse ich mich da auch, keine Ahnung. Ist halt irgendwie nur so in meinem Spiel-Stil. Und ich wäre es auch nicht besonders gut von daher. Nein, ich habe schon gedacht, dass was von hinten kommt, sind wir wieder noch umgedreht, aber ich war zu lange. Wir wollen mal hoffen, dass da irgendwie der Geirst-Gescheites drin ist. Es ist blauer Rauch. Was macht der? Er leuchtet blau. Na? Eine Konterdrohne. Ist ja aber ganz was fein. Ist das, was ich mir reingepackt habe. Konterdrohne ist online. War hier gerade was? Ich habe gesagt, irgendwie habe ich doch was gesehen. Irgendwie war der ein bisschen laggy oder mein Spiel war halt ein bisschen laggy. Ich habe den irgendwie nur so für eine Millisekunde gesungen. Dann war er irgendwie gleich wieder Uchikato. Na ja, bis jetzt ist die auch ganz nett. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt so auch gang werden. Ich fand die AKs bis jetzt irgendwie so ein bisschen angenehmer, weil sie ein bisschen mehr Durchschlag haben. Aber das Schussverhältnis von der ist eigentlich ganz nah. Also sie hat ja echt einen ganz eigenen Zaun. Der macht mich eigentlich... Der erstaunt mich am meisten. So ein... So ein... So ein... Dum... Dum... Ich weiß gar nicht, warum. Watt! Hat mir ins Gesicht geschossen. Jetzt hätte ich es zum Beispiel mit dem Iron Sight nie geschafft, dem Typen ins Gesicht zu schießen. Dafür ist mir das... Dafür bin ich mit dem Ding zu impreziser. Aua, 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 aua. Der Typ ist nicht... Nicht schlecht. Langschau. Wollen wir mal ins Haus gehen? Ist eigentlich selbst nur... Hallo? Hallo? Hinter dir? Hinter mir? Da hinter mir kommt echt was. Verbündete Drohne... Alter, ohne... Minimap ist es echt. Ich weiß nicht. Bin Gott furchtbar verwirrt. Wann wo ja... Hier überall Geräusche. Eine Minimap. Wann der ist auch gekillt? Der hat die Fläche rüber hat er geschafft. Bleib wach da! Hui! Das war ziemlich... Oh? Ah, wie behalte ich da nicht drauf, ey? Ich höre einfach auf zu schießen und so verdammt. Oh, was macht der da? Ich muss immer noch ein Kill mit einem beschickenen Termin machen. Ja, oh! Ich bin mit seinem M.G. Das ist laut ohne Ende. Okay, mein Freund, okay. Alles klar, oh Gott, da links. Ich glaube, ich bin mit dem. Ich bin mit dem! Ich bin mit dem, auf Unless gespielt. Nein, es kam zu mir! Ja, ich habe gar weder von links zu hören. Ich war freder. Die Typen haben mich gepeget. Oh, der war echt so ganz so. ist hier nicht rein doch da meine ok er war mit rechtsklick läuft dadurch dann ok respekt dafür mancher denkst du ja da war ich doch safe erster und bescheid drauf und dann fällst du schneller um war der wohl doch besser aber da wohl auch besser keine line of sight warum stirbt gerade keiner warum laufen gerade alle in die geführung ist also super offen da hinten an dem steigen gewesen ich habe ich gerade jetzt wieder auf dem rhythmus raus binden da gehe ich nicht ich habe ich gehört und wir haben nie irgendwie gefühlt die mini map ist es echt ja fakt aller den ersten hat mich dann sofort wieder verziehen mussten weil wenn du da dann stehen bleibst und der zweite peak das ist ein bisschen nach was wechsel im magazin weiß auch nicht warum ich den mag mit dem scheiß Why are you so dumb? I don't know. Oh. Ich habe da was gesehen. Nein, es ist aber auch. Hello? Not one? Anyone here? Au, au. Holy shit, Alter. Can you imagine me on der Seite oder so von dem Haus? Oh, das ist doch noch einer. In dem Haus kannst du dir nie sicher sein, ob da nicht doch noch wer kommt oder... Ja, das war... Ja, das war dumm zu schießen, weil er hätte sich umher... War zu erwarten, was das passiert. Mit Clustermine? Holy shit, hat er da die ganze Drüge? Ich habe da jetzt rumgerubbelt. Dieser scheißdumme... Ich glaube, ich sollte nicht mehr ins Haus gehen. Im Haus habe ich einen Nachteil. Mit der Waffe. Ja! Er springt mir ins Gesicht und gibt mir ein Headshot. Ist okay. Momentan. Kriegt man echt was? Nein, 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 nein! Soll ich ihn auch hinlegen? Oh. Oh. Die Gegner sind gerade so aufzackt. Aber gut, wir sind einer. Macht schon ein bisschen was aus. Deswegen wirst du auch gerade so überlaufen. Wieder so eine extreme Schwitzerlob. Schwitzerlobben. Nicht ganz extrem, aber... Schon... Bemerkenswert. Aber gut. Ey, Mann, wir waren einer weniger. Wir haben trotzdem 93 Punkte gemacht. Ist okay. Ist okay. Der Typ mit dem MG. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Weil es scheint ja gar nicht so beschissen zu sein. Wenn der Typ da mit... Wer war das? Irgendwas mit... War das der Skysclaw? Scout Dude? I don't know. Wahrscheinlich noch positiv. Notfall abrufen. Ist nicht so... Ist natürlich ganz viel abgelöst. Aufsatz. Aber immer noch kein Visnom. Wieso 30 nicht am Anfang mal ein gescheites Visier für die Waffe? ist denn ich warum auch das wäre nur sinnvoll munitionsreserve dafür hier könnten wir versuchen zu snipen ich kann die map ehrlich gesagt überhaupt nicht leiden wenn ich mal so ein bisschen egal jetzt drei ich bin nicht gut darin wenigstens versuchen was dazu zu lernen oder so das spiel schon so leise gefühlt immer noch laut wenn ich eigentlich mit der sniper grad auf das ist so mega gut okay er konnte nicht mehr reagieren wir haben die führung übernommen zu lang werden genau wir haben die führung verloren nein so ist ich da hin 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 stellung kompromittiert und der gegner neben gegen den konzern über werden du bist halt so super offen da drinnen in der mitte ist übel schwer das ding zu halten in der mitte oh das ding hier muss man halten weißt du wie groß das gleich ist wenn es los geht ich chill jetzt hier entfangen wie groß ist das ach das ist nur das kleine ding da vorne auch ich weiß nicht ob die sniper hier ansatzweise ok ist mal gucken ob man das von der seite irgendwie abschnitten ich hätte mein trofisystem auspacken können oder vielleicht zu blick verbündete drohne im einsatz was ist das mal ist das mal wir gehen zum nächsten sport ok hoch 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 sing wer für eine täuschkrammerke er ist absolut nicht von wo die hier kommen kann ich chill jetzt hier einfach mit meiner blut ob sei dank man gibt es nur ein paar mal ich wette ich werde gleich von oben gekillt ich hab heute schon gut gehalten die stellung I tried. My best. Wies. Zwei Pappgeschüsse und der war jetzt nicht... Erzählen wir jetzt nicht, dass der... 30 Meter entfernt hat. Macht das nicht mehr so einen Schaden. Ah, schade. Boah, die Mine wirft einen Zentimeter weit. Er springt mir ins Gesicht. Was hat der denn für eine Sens? Was ist denn das? Es zuckt hier nur nach links und rechts. Nein, wieso geh ich noch hoch? Ich wollte nur auf die Leichterhütte, man wollte nicht auf die ganze Hohre, Mauer. Okay, Idiot. 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 Hallo? Was? Okay. Wow, und es gab eine ganze Bombenbrone. Die fliege jetzt irgendjemand ins Gesicht. Die kriegt irgendjemand ins Gesicht. Oh Gott, die hat einen, oh Gott, die hat einen Batteriezustand. Das habe ich wusste, ich glaube nicht. Nein, gibt zu früh gedrückt. Nein! 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 Okay, daneben. Ja, dem krieg ich nicht nochmal. Okay. Jetzt. Wollte schon sagen, wie lange willst du dich da eigentlich dahinter verstecken? Oh, das Ding holen, ja. Jetzt go. Mach dir wieder sonst keiner. Nein! Ich bin echt kein Shotgun-Spieler. Verbündete Drohne online. Okay. Zu langsam, fucking viel zu langsam. Verbündete Drohne online. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Anleger die Stellung ist lokalisiert. Bereit machen. Ja, okay, das war zu weit weg mit der Schuze. Das war optimistisch, da ranzugehen. Das war eine... I know. Aber... I tried. Oh, 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 oh. immerhin eine minute 30 über ok die prallt da nicht von ab nein das ist ja noch da das wäre schon weg ich gehe wieder zurück ich die wolle die fresse die nicht von vorne nur oder irgendwas an als homie system ist für stellung nicht ultra gut ich jetzt vor dem gespawnt oder was seitdem und schon pro system gestartet wenn ihr da jetzt chillt dann kann ich ja mal ein paar da habe ich gerade was gesehen das hatte ich richtig gut angeführt das waren zwei im weg und die haben einen Cluster nade auf dem scheiß Ding wieso steht der direkt da wo man spawnt das ist so ätzend oh der piekt nochmal danke 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 lieber jeder lieber Star wo geht's mit hin wir gewinnen das das wird voll reingerannt mit meinen Bräumen den habe ich gesucht da war ich ja viel zu lange naja da war ich auch wieder viel zu langsam ich finde das Scope ein Dauerdoc zu lange nein ich hab schon mal die weg das war gar nichts ja ich wollte schon sagen was für ein beschissenes Teil aber der Typ war zum Glück eine Kartoffel ne Pilot aktualisiert die stellt noch 30 Sekunden nein ja da war ein bisschen zu weit weg zu gehen zugegeben sehr optimistisch gesehen feindliche Truppen bei der Stellung ah der hat da gelegen in der Leiche keine Ahnung was da abgemust ist einfach nur bereit halten gibt doch keiner hello please peek me no no ja zu langsam was ist denn jetzt schon wieder die Stellung naja das Gefühl wenn ich nicht auf der Stellung bin von meinem Team dann passiert da nichts nein wer hat diesen Scheiß Dings in Sicht nein wer hat diesen Scheiß Dings in Sicht Nächste Stellung wird lokalisiert Nächste Stellung wird lokalisiert Nächste Stellung wird lokalisiert da kommt ein feindlicher Lager da kommt ein feindlicher Lager feindliche Runde wartet auf der Füge na das war zu langsam oh Gott ey oh Gott aua 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 ich hab aber trotzdem gewonnen ey wir haben gewonnen 2 Minuten 13 bester von allen der eine hat 0 wie kann man denn 0 oder 1 Sekunde haben der beste der hat 48 kills schön dass er 48 kills hat warum hat er 48 kills? weil er 7 Sekunden auf dem Spot war ich guck mich zu dann fliegt doch die des Matches egal ich hab Spaß ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuschauen bis zur nächsten Folge Ciao Ciao